Die Familie Wenger ist auf die Märkte in Vaterstädten unter Hachim und Grünbold. Der Grünbold ist am Samstagvormittag von 8 Uhr bis 12 Uhr und der Heuhängermarkt ist jeden Donnerstag von 11 Uhr bis 18 Uhr und in Vaterstädten befinden wir uns am Freitag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017